Finally ist es soweit, der Quarter Horse Trailer ist da und ich bin gespannt, gerade ihm ist er frisch rausgekommen. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, außer das Teaserbild am Anfang. Wir starten einfach mal und dann mal schauen, was wir da so an Informationen rausziehen können. Wir starten einfach mal. Oh mein Gott, wie geil ist das? Das sind für ein geiles Bild auch noch am Ende hier mit Josh zusammen beim Wild West Reiten. Also fangen wir mal von vorne an bei der ganzen Sache. Das erste, was ich mega geil finde, ist, es wurde anscheinend alles auf der neuen Ranch aufgenommen. Wir sehen jetzt nämlich auch hier, wo wir sind und die Schafe sehen immer voll süß aus, auch wenn sie eine kranke Hitbox haben. Dann sehen wir hier natürlich auch die neuen Western-Ausrüstungen. Wir sehen hier auch nochmal das ganze Western-Set für die Pferde. Das haben wir übrigens auf jedem der Pferde, glaube ich, gesehen, auf jedem der neuen Quarter. Dann sehen wir so ein bisschen auch die Gangarten. Und das ist hier das, was wir schon in dem Teaserbild gebastelt haben. Das sieht alles so ein bisschen nach der neuen Ranch aus. Was ich cool finde, ist, es sieht auch wieder so aus, wie wir es in Feargrove gemacht haben. Da haben sie auch so ein bisschen so diesen neuen Holzbaustil, den sie dann auch bei den Rangers immer genommen haben. Dann sieht es so aus, als hätten wir hier nämlich das neue Josh-Rennen. Das wirkt so ein bisschen danach, als wäre das vielleicht das neue Josh-Rennen, was sie jetzt hier macht. Also es wirkt so, als wäre das vielleicht das neue Rennen bei Josh. Das könnte das natürlich gut sein. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass immer noch die Zügel so ein bisschen durch den Hals baggen. Und das ist das erste Mal, dass wir das, glaube ich, so bei Pferden machen können. Das kam mir bisher sehr ungewöhnlich vor, dass wir so uns drehen können. Also ich bin gespannt, ob das wirklich alles dann so möglich ist. Das Bremsen übrigens, fand ich, sah sehr cool aus. Also das finde ich sah richtig nice aus. Generell, diese Bewegungen finde ich verdammt geil gemacht. Und wir können gespannt sein, auch ob wir da zum Beispiel solche Übungen haben, wie hier das Pferd zurückbringen. Ob das jetzt quasi nur ein Wildpferd ist oder ob wir das wirklich auch machen können. Dass wir Pferde in solchen Missionen zurück zur Ranch bringen. Dass wir da sowas machen, wie bei der Ranch damals. Dass wir vielleicht so ein paar verirrte Pferde zurückbringen. Und hier sehen wir, glaube ich, so im Hintergrund die Kaufstelle. Ist es das? Ich glaube, das sind hier die Ställe. Also sehr wahrscheinlich werden wir dann nämlich auch die neuen Quarter da dann kaufen. Wir sehen übrigens auch die ganzen Farben, die übrigens 9 an der Zahl sind. Also da gibt es auch ein passendes Bild dazu. Das blende ich euch jetzt hier gerade mal noch ein. Die neuen Quarter kommen übrigens dann am 22. April raus. Also noch nicht direkt am Anfang mit der Ranch. Und da können wir nämlich auch gespannt sein, welche Farben als erste 3 reinkommen. Also wir haben halt hier, das sind welche von denen, die wir schon auf dem ersten Bild gepuzzelt haben. Da war nämlich der hier mit drauf. Dann haben wir den ganzen so ein bisschen in diesem dunkleren Braun. Ich bin gespannt, welche Pferde die ersten 3 sein werden. Also ich bin wirklich gespannt drauf, weil ja, ein paar davon gefallen mir richtig gut. Unter anderem der hier, den finde ich mega schön. Ansonsten auch diese Färbung hier. Aber wie gesagt, mal gucken, was dann jetzt alles genau im Update drin ist. Die Quarter kommen ja wie gesagt am 22. erst. Das heißt, es wird dann das Western reiten. Vielleicht kommt auch noch da mit dazu ein Oster-Update. Aber das neue Rennen, Western-Update, die ganzen neuen Ausrüstungen, das wird einiges kommen. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.